um nur kurz nicht das ist was fragst du so wie Gift? du verarsch das ist einfach so geil was ist das hier? bin ich immer noch Autotyp? Slash-Moto Slash-Auto knacken du bist kein Auto knacken oh man! Autotyp war echt ein geiler Job aber da verdient man halt fast nix aber so mal um sich so aus Spaß ein Auto zu holen ach echt, wie komm in Stadthalle? Motor, Slashka, Lock was heißt der Festschild? kommst du mit? dafür töd ich dich, was du immer im Auto gemacht hast ich hab doch gar nicht wieder Auto gemacht nein Jump! Aua! 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 kommst du doch in in auf LNG das Krankenhaus oder? dein Blister kompakt ist explodiert und wird in der Werkstatt wieder repariert oh lass' ich hol dich ab uuuhhhh Aua wo bist du? wo bist du? Stadthalle wie kommst du so schnell zur Stadthalle? ich bin gesprungen und dabei gestorben dabei um ich kürz davor Ach, du Dummi. Jump! Nein. Navi, Behörden, Stadthalle, sonst verfahre ich mich bloß wieder. Ich weiß zwar ungefähr, wo sie ist, aber das dauert bei mir mal ein bisschen. Ich weiß, wo sie ist. Du musst aufs Dach. Warte. Moana Autos parken. Ach, man muss aufs Dach kommen. Nicht aufs Stadthallen Dach. Auf welches Dach dann? Slash Motor. Also wohin? Wo bist du denn? Ich bin direkt vor der Stadthalle. Hier, komm hoch. Rechts von dir. Landet da der Heli oder was? Der ist da schon lang. Oh. Nein! Ich bin vor dem Dach gefallen. Ich bin vor dem Dach gefallen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Sag mal, die sollen warten. Was landet er auf dem Parkplatz? Ja. Wo kommt er hin? Auf dem Parkplatz hinter der Tankstelle. Ich hab gar nichts getan. Was? Warum? Ich hab Warn nicht bekommen. Ich hab aber nichts getan. Beamten-Zivilisten-Mord. Ich hab gar nichts getan. Wie kann ich das Ding aufklären? und wie es lässt so geht das hier ja auch so es wird gehen das tut ppppp er wo wo geforscheid ist wenn uns so war bis er tot war es sehr gut weil sie der Erika hat uns getötet warum hat er euch getötet ich sag doch was warum niemanden in der Gang nicht der Erik der ist nicht in der Gang das war der Lappen der mitgefahren ist ach Niklas dann will doch ich noch mal kurz bis gleich so auch da bin ich wieder ich glaube es gleich ein Banker zerstört hüttbar die baggie agiert lol ich bin einfach immer noch tot auf jeden Fall aber jetzt lebe ich boogie boogie hütt hütt ich überlege mir wieder auf den Land zu werden aber da verdiene ich halt nix oder halt als vier mitbewerden scheiße bauen können nehmt was anderes in der Autoknackern das reicht gar nicht so ht fack erhebler stehen da war es doch gerade an der Fassung nicht ht du musst du bist die übelin heimlich was trinken mal Warum? Weil man's gehört hat. Oh. Ja, bei Skype hört man halt alles. Was ist denn schlimm, dass im TS? Das ist nicht schlimmer, wenn Sprachaktivierung drin hat. Naja, wenn Sprachaktivierung drin hast nicht, aber wenn du das auf Dauersenden hast und auf Qualität 10... Wer hat denn bitte auf Dauersenden? Also, um ein TS auf Dauersenden zu haben, da musst du ja auch irgendwie eine Dauer auf der Störung haben. Naja, wenn du auf Dauersenden hast... Wo ist Erik? Jetzt werde ich gerade in Skype angerufen, Mann! Wenn ich auszapp, dann ist aber wieder... Ja, lass einfach, lass einfach, lass einfach. Wer ist dann? Ähm, wenn ich auf Dauersenden bin, kennst du nicht, ähm... Wenn du auf... Julius, wenn du auf Dauersenden bist... Doch, den kenn ich. Echt die Käse? Ich glaub schon. Also, wenn du auf Dauersenden bist in Qualität 10 in Skype, dann ähm... Kannst du... Oh, hallo Niklas. Na, nochmal kurz. Hallo. Also, wenn ich auf Dauersenden bin... Und du, ähm, Qualität 10 hast, dann hörst du alles. Hörst du Maus klicken, dann hörst du, wenn ich mit meinem Fuß auf dem Boden aufstammt fällt. Das höre auch so. Lass es mal, Mann. Okay, ich lass es. Sorry. Ah, da ist er. Sorry! Oh! Oh! Hörst du ihn? Bunga Bunga? Wer ist Bunga Bunga? Wer bist du? Oh, Bunga Bunga. Oh, noch einen Moment! Hallo Bunga Bunga! Hallo Bunga Bunga! Nein, nicht mich abschießen! Ich bin auch... Oh! Abonniere mich auch! Schieß mich nur ab! Ich bin oben des Hauses Balls. Also, da sind die Dauers Grindelwärtsappen. The Denkling z nasst ein 미안. Vielen Dank.